Schnell! Die Außerirdischen sind da! Dort draußen fliegt ein Raumschiff rum! Nochmal! Ah, sehr gut, Theo. Und ich hab hier die Suchausrüstung für dich. Was hab ich denn dabei? Ein Fotoapparat und eine Videokamera und ein Fernglas. Eine Lupe ist auch dabei und Notizblock und Bleistift. Vielen Dank, Opa! Komm mit, Elsie! Wir suchen die Außerirdischen! Oh ja! Kapitän Zapp, Weltraumzebra befindet sich auf einer Marsmission. Darum müssen wir auch nach Spuren suchen, so wie in den Filmen. Hey, manchmal hinterlassen ihre Raumschiffe Brandspuren. Aber hier sind keine. Ich kann keine Spuren sehen. Jetzt brauchen wir einen Plan. Du musst versuchen, sie zu filmen, Elsie. Und du, Opa, du nimmst jetzt das Fernlass und guckst, ob du sie siehst. Eine gute Idee, Theo. Ich werde fotografieren und Notizen machen. Vorgang! Hey, wir sind jetzt im All. Siehst du das? Kommt mit, wir gehen hier lang. Hallo, Theo! Ihr befindet euch im Landeanflug. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Wuh! Alles klar, die Zebra 10 ist gelandet. Was hast du denn, Theo? Wie muss man denn Außerirdische anreden? Soll ich sagen, hallo, Mrs. Außerirdische? Oder hallo, Mr. Außerirdische? Tja, weißt du was? Du musst einfach nur höflich sein und zu ihnen sagen, hallo. Also, ich bin Theo, seid willkommen auf der Erde. Und dann verbeugst du dich etwa so, siehst du? Okay. Hallo! Willkommen! Einen schönen guten Tag, ich bin der Opa vom Mars. Einen schönen guten Tag und ich bin Kapitän Theo. Und ich bin Kapitänin Elsie. Ähm, stellvertretende Kapitänin Elsie. Hey, seid bitte leise. Wir wollen sie doch nicht erschrecken. Oh, was war das denn? Ach so. Tag wird der heiß ersehnte Zebrakomet wieder am Himmel erscheinen. 80 Jahre, nachdem er das letzte Mal gesehen wurde. Wow! Und nochmal wow! Doppel wow! Ich kann mich noch daran erinnern, wie der Zebrakomet das erste Mal aufgetaucht ist. Ich war ungefähr so alt wie du. Und wie er damals durch den Nachthimmel geflogen ist, sah er wirklich ganz wundervoll aus. Oh Mann, das muss ja toll gewesen sein, Uroma. Durch ein Teleskop kann man den Zebrakometen ganz deutlich sehen. Hier ist sein Schweif aus Eis und Staub. Hey, seh dir das an! Dieses silberne Ding hier. Es bewegt sich. Das ist ein Außerirdischer. Ein bisschen klein für den Außerirdischen. Pog hat ein Stück von ihren Raumanzügen gefunden. Also meine Lieben, ich möchte mich ganz herzlich bei Opa und Zeo dafür bedanken, dass sie das Teleskop gebaut haben. Funktioniert es? Darf ich zuerst durchsehen? Ja, wenn Opa damit einverstanden ist. Ja, ich hab nichts dagegen. Toll, danke! Oh, wow! Es funktioniert ja wirklich ganz toll! Passt gut auf, dass ihr die blauen Pflanzen nicht berührt, Erdlinge. Denn das ist nämlich eine sehr seltene und geheimnisvolle Marspflanze. Sie lässt euch blau anlaufen. Das werde ich in mein Kapitäninnen-Logbuch schreiben. Ins stellvertretende Kapitäninnen-Logbuch? Hm. Ich wünsche euch eine schöne Reise, Erdlinge. Wiedersehen, Opa vom Mars. Drei, zwei, eins. Und nun sind die beiden gestartet. Seid willkommen zurück auf der Erde. Hey, da drüben, Zeo. Da haben sich gerade ein paar Büsche bewegt. Wow, vielleicht sind sie da. Stellt euch das vor. Ein Zebra trifft Außerirdische. Das ist noch nie passiert. Oh. Vielleicht schweben sie ja über den Boden und hinterlassen deshalb keine Fußabdrücke. Das wäre ja ziemlich cool. Ich wünsche euch eine schöne Reise, Erdlinge. Wiedersehen, Opa vom Mars. Drei, zwei, eins. Und nun sind die beiden gestartet. Seid willkommen zurück auf der Erde. Endlich ist er da. Nun seht doch mal, wie sein Schweif glüht. Sehen wir in den Blumenbeten nach. Sie mögen Blumen. Das habe ich in einem Film gesehen. Vielleicht haben die Außerirdischen die Farbe gewechselt. Das war auch in dem Film. Und zwar in Marsianer Teil 4. Oh ja, das habe ich auch gesehen. Sie hatten dieselbe Farbe wie die Blumen. Ja, das weiß ich auch noch. Und sie haben den Duft der Blumen sehr genossen. Und demnach würde es ihnen hier gut gefallen. Zehn, ja, darf ich bitte auch mal durchsehen? Oh! Das ist unglaublich. Wow! Wie schön. Seht euch das doch mal an. Wow, unglaublich. Einfach toll. Sieh mal, Zeo. Ja, das ist wirklich ganz toll. Na, wie findest du das? Ich kann gar nicht verstehen, warum ich solche Angst hatte. Jeder von uns hat mal Angst vor etwas Neuem. Das ist normal. Aber wenn man seine Angst überwindet, dann wird man auch dafür belohnt. Ich möchte euch meine außerirdischen Freunde vorstellen. Hallo, ich bin Zeo. Willkommen auf der Erde. Oh, ich wusste ja gar nicht, dass ihr tanzen könnt. Hallo, mein lieber Zeo von der Erde. Ich bin... Tante Zelda. Wow! Zinja! Wir sind aus dem Weltraum-Zebra-Club. Möchtest du Mitglied werden? Ja, klar, natürlich. Ich auch. Und ich auch. Und nun seid ihr alle Weltraum-Zebras. Gratuliere. Ja! Ich hoffe, dass mal echte Außerirdische herkommen. Und wenn sie da sind, bin ich auf alles vorbereitet. Verdammt. Ja! Ja! Ja!